Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast, heute mal wieder mit einer Preview für den kommenden UFC Pay-Per-View. Lasst deshalb gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr das bei YouTube hört, ein Follow bei Spotify oder eine Bewertung bei iTunes, je nachdem auf welcher Plattform ihr unterwegs seid. Heute sprechen wir, wie im Eingang erwähnt, über UFC 262. Es wird ein neuer Champion im UFC Lightweight-Accord, der Gewichtsklasse von Khabib Nurmagomedov. Wir wissen ja, Khabib ist im Oktober zurückgetreten. Im Januar oder Februar hieß es dann, dass er definitiv nicht mehr kämpfen wird. Da hatte das Ganze hin und her dann auch ein Ende und dann war relativ schnell klar, okay, es braucht einen neuen Titelfight. Es sind dann Charles Oliveira und Michael Chandler geworden, die gegeneinander kämpfen dürfen. Und das natürlich auch aus gutem Grund. Conor McGregor und Dustin Poiré, die liefern sich die Trilogie jetzt in zwei Monaten. Also es sind nicht mal mehr zwei Monate bis Conor vs. Poiré 3. Und ja, Dustin Poiré hätte den Titelkampf bekommen, wenn er den Titelkampf gewollt hätte. Er hat sich aber bewusst für einen Moneyfight mit McGregor entschieden. Nichtsdestotrotz ist das eine relativ kuriose Situation, die Nummer 3 gegen die Nummer 4 um den vakanten Gürtel. Man möchte ja meinen, das wären sonst immer die Fights zwischen der Nummer 1 und der Nummer 2, aber dem ist nicht so. Nichtsdestotrotz haben wir einen wirklich soliden Maincard. Wir haben Edson Barbosa, der kämpft. Wir haben einen Tony Ferguson, der am Start ist und eben das grandiose Main Event. In den Prelims haben wir einen Jacare Sosa. Da hat es mich ein bisschen überrascht, ihn da zu lesen. Denn Jacare, der hat nun drei Niederlagen in Folge oder vier Niederlagen aus den letzten fünf Kämpfen. Und angesichts dieser Tatsache, dass Jacare schon 41 ist, hätte ich erwartet, dass wir ihn nicht mehr im Oktagon sehen werden. Aber egal. Spannend ist eben allen voran, wie auch gerade erwähnt, das Co-Main Event. Tony Ferguson gegen Benil Darius. Tony Ferguson hat seine letzten zwei Kämpfe verloren. Einmal über fünf Runden gegen Justin Gaethje. In der fünften Runde hat der Referee diesen Fight beendet. Und einmal drei Runden lang gegen Charles Oliveira. Genau, der hat Charles Oliveira, der im Main Event steht. Tony muss ihr Gas geben. Tony braucht diesen Sieg. Er ist schon 37. Und ja klar, hatte er vorher zwölf Siege, glaube ich, in Folge. Er war doch prädestiniert. Er war derjenige, der Habib besiegen sollte. Er war El Kukui. Und plötzlich, plötzlich reden alle von einem Karriereende, wenn er verliert. Aber klar, Tony's Prime ist vorbei. Tony's Prime ging bis 2016, 2017 bis zu seinem Fight gegen Havel dos Anjos. Dann war seine Prime vorüber. Da hatte er sein Momentum. Und da hätte er damals ja auch schon gegen Khabib kämpfen sollen. Aber der Kampf ist ja immer und immer wieder ausgefallen. Und nun will er es gegen Benil Darius wissen. Benil Darius, ein 32-jähriger Kämpfer, der Höhen und Tiefen hat. 20-4-1 steht er, also 20 Siege, vier Niederlagen, ein Unentschieden. Und der hat schon gegen einen Drew Dober gekämpft, Dracar Clos, Diego Ferreira. Also Benil Darius hat schon gegen viele gekämpft. In der Vergangenheit auch gegen einen Michael Chiesa, Michael Johnson und, und, und. Und er hat gewonnen, er hat verloren, er hat alles durchgemacht. Aber jetzt ist seine Time to shine. Sechs Siege in Folge, hat zuletzt im Februar gekämpft, hat auch richtig knappe Siege, muss man auch dazu sagen. Es gibt ja nicht nur knappe Niederlagen, sondern hauchdünne Siege. Ich glaube, Benil Darius hat den Comeback of the Year in einem Fight gewonnen, weil er da wirklich am Verlieren war, aber dann doch noch gewinnen konnte. Und, ja, hier geht es einfach absolut um die Wurst für Tony. Stilistisch sehe ich ihn vorne. Die Frage ist, was sein Kopf sagt. Macht sein Kopf mit oder nicht? Das ist das große Fragezeichen. Wenn sein Kopf mitmacht, dann gewinnt Tony. Wenn sein Kopf nicht mitmacht, dann verliert Tony. Und dann kommen wir auch zum Main Event. Charles Oliveira vs. Michael Chandler. Wir haben hier Brazilian Jiu-Jitsu vs. Ringen vs. Wrestling. Michael Chandler, eine brutal schöne Füße, super Körper, hat aber auch Wumms in den Fäusten. Und Charles Oliveira ist ja eher schlagsig. Charles Oliveira ist ja eher so ein langer Typ, schlagsig, nicht so bullig, nicht so massiv. Nichtsdestotrotz hatten wir genau dieselbe Thematik oder eine ähnliche Thematik bei Usman vs. Burns. Usman hat sich unwohl gefühlt, wenn er gegen Burns auf dem Rücken liegen würde. Und bei Burns hingegen wäre es egal gewesen. Das ist hier genauso. Derjenige, der Brazilian Jiu-Jitsu macht, dem ist es relativ egal, liegt er oben oder unten. Aber der Ringer, der will oben liegen. Michael Chandler will nicht unten liegen. Michael Chandler muss oben liegen. Denn das ist seine Stärke. Dort hat er auch diesen Vorteil. Chandler ist der bessere Ringer. Oliveira der bessere Grappler. Und beide werden, ich kann mir gut vorstellen, dass beide im Kampf kämpfen werden, im Stand kämpfen werden. Wir hatten das schon bei einem Kobe Covington vs. Kamaru Usman, wir hatten das bei einem Usman gegen Burns. Die Kämpfer haben immer sehr viel Respekt vor dem Ground Game des Gegners und bleiben dann im Stand. Charles Oliveira hat im Fight gegen Tony Ferguson gezeigt, dass er sich im Stand mächtig weiterentwickelt hat. Und Michael Chandler, den haben wir ja schon öfters im Stand gesehen, auch gegen einen Dan Hooker, den ausgenockt hat. Der hat Wumms und der kann auch kämpfen. Ich denke, Charles Oliveira ist von der Art und Weise, wie er kämpft, der ausdauerndere Kämpfer. Er kämpft eher über die Distanz, macht nicht so viel Druck. Ich könnte ihn da fast schon mit einem Max Holloway vergleichen. Und Chandler, der ist doch eher so die Dampflok, die Druck macht. Charles Oliveira ist schon ewig in der UFC dabei. Unterschätzt mir das nicht. Also ich meine, vor neun Jahren hat er sein Debüt gegeben. Und Leute, die meisten sind jetzt perplex, wenn sie hören, Charles Oliveira, der hat ja schon mal gegen Max Holloway gekämpft. Der hat schon mal gegen Anthony Pettis gekämpft, gegen einen Jeremy Stevens. Mann, Charles Oliveira hat vor zehn Jahren gegen Dolan Cerrone gekämpft. Das ist der absolute Wahnsinn. Seit elf Jahren ist er jetzt schon in der UFC. Also 2010 kam er rein. Das ist brutal. Das wird eine richtig spannende Nacht, eine richtig spannende Fight Night, ein geiler Pay-Per-View. Und ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Die Chancen stehen 50-50 im Main Event. Ich denke, Michael Chandler macht es durch den Finish. Aber was denkt ihr? Macht es Charles Oliveira oder Michael Chandler? Bei wem heißt es Ant New? Oder wird es ein Unentschieden? Schreibt es mir unten rein. Dann folgt WeLoveMMA bei Instagram Samstag auf Sonntagnacht ab 4 Uhr morgens geht es auf der Zone los. Und damit hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.